ja servus leute und herzlich willkommen zurück hier bei retron future bei dem kanal wo es um elektromobilität und erneuerbare energien geht heute geht es wieder um das thema tipper denn soeben ist in meiner mailbox die rechnung für april 24 eingeflattert und die möchte ich mit euch anschauen ich frage mich kann es noch schlimmer werden wie der märz 24 weil da war ich vom strompreis doch etwas enttäuscht werden wir gleich sehen gucken wir es uns mal im detail an was wir auf jeden fall tun werden ist wir vergleichen mal die rechnung von märz und april dann werden wir das ganze in mein tipper excel sheet eintragen wo man im endeffekt vergleichen gegen zwei andere stromverträge die ich zu der zeit hätte abschließen können als ich tipper abgeschlossen habe und im dritten teil werden dann den strompreis den ich im durchschnitt bezahlt habe auch noch immer pv excel eintragen und dann werden wir sehen wie viel habe ich denn im april gespart durch den strom den ich habe nicht einkaufen müssen und das eben basierend auf dem tipper strompreis wie gesagt jetzt gucken wir erstmal die rechnung vom letzten monat an das ist zwar nicht das letzte platte rechnung aber der wichtigste preis ist hier schon drauf und zwar wir können sehen ich habe im märz 412 kilo schon gekauft okay aber ganz wichtig ist der durchschnittspreis war 22,55 cent und das ganze ist natürlich netto und jetzt mal gucken was im april rauskam da dachte ich eigentlich 22,55 cent ist jetzt nicht wenig das kann eigentlich noch besser werden und tipper hat mir gezeigt sie können noch mehr aber leider in die falsche richtung also im april habe ich 131 kilowattstunden verbraucht und der durchschnittspreis waren 23,17 cent netto und das ist gar nicht so wenig denn von meinem gefühl her war der april ein guter monat für erneuerbare energie also es gab wind es gab auf jeden fall sehr viel sonne ich habe es an meine pv anlage auch gesehen waren gute erträge und deswegen sind dann doch die preise etwas verwirrend sage ich mal für mich wenn wir schauen strombörsenpreis waren eben im märz 6,94 cent und im april 7,32 cent und das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen weil im märz auf jeden fall der strombedarf auch höher war da liefen noch viele wärmepumpen da gab es weniger sonnenstrom wahrscheinlich sogar mehr windstrom würde ich mal behaupten aber im april ja sind die preise höher also irgendwie komisch und auch ein bisschen enttäuschend muss ich sagen so als erstes resümee von zwei monaten tipper ist das durchaus ein preis den ich mir locker auch hätte woanders schulen können weil denkt dran wir reden hier immer noch über netto jetzt gucken wir uns mal auf der nächsten seite an was das ganze denn dann brutto bedeutet bevor wir das tun können wir sehen für diese 131,22 kilowattstunden zahle ich also netto 30,40 euro und die grundgebühr ist netto 14,23 euro war letzten monat im märz 14,53 euro da waren es nämlich 31 tage und hier sind es 30 tage und wenn wir uns mal die beträge hier anschauen die scheinen alle gleich zu sein ja also die einzelnen preise für die grundgebühr sind gleich nur halt etwas günstiger weil einen tag weniger also kommen uns mal das nächste an das ist also jetzt die rechnung könnt ihr sehen brutto sind es dann 53,11 euro was ich bezahle für den strom und eben auch die grundgebühr das hier war meine rechnung vom letzten monat da kann man mal sehen ich habe 22,55 bezahlt und das kam im endeffekt dann auf einen brutto betrag pro kilowattstunde von 26,83 cent und wie gesagt wir gehen gleich noch mal auf check 24 gucken was man momentan bekommt und kleiner spoiler vorweg das würde ich locker in einem festvertrag auch bekommen und da muss ich mich dann nicht darum kümmern dass ich den strom dann benutze wenn er billig ist also schwierig momentan mit tippern wenn ihr auch bei tippern seid packt meine kommentare rein ob ihr zufrieden seid mit den preisen die ihr bei tippern bekommt ich kriege auch wieder kommentare unter die videos die dann sagen ja bei mir ist das wirklich super die zahlen logischerweise ähnliche preise wie ich aber die hatten eben vorverträge wo sie 30 oder 35 cent bezahlt haben dann ist natürlich eine gute verbesserung für die leute auf mich ich kam also von relativ günstigen anbieter und da ist das eben nicht das gelbe vom ei vor allem wir gucken es dann nachher noch mal an was ich damals hätte abschließen können als ich tippe gemacht habe und da wäre ich bisher auf jeden fall besser gefahren wenn wir uns jetzt anschauen was ich dann den monat brutto bezahlt habe dann ist hier die rechnung dafür also werden 23,17 cent netto pro kilowattstunde und das ganze ende dann in einem brutto kilowattstundenpreis von 27,57 cent und das ist aus meiner sicht für die heutige zeit nicht wirklich günstig packt meine kommentare rein ob ihr das günstig findet oder nicht hex hex und schon sind wir hier in meinem tippe excel und da vergleiche ich als über ein jahr ob ich mit tippe günstiger fahre als mit einem festvertrag nur für die 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 ersten videos nicht gesehen haben ich habe zu der zeit als ich tippe abgeschlossen habe das war ende februar wenn ich mich richtig erinnere ich glaube ja gab es eben die möglichkeit zu tippe zu wechseln es gab die möglichkeit zu grün welt da hätte ich einen grundpreis gehabt von 14 32 brutto und eben einen preis pro monat von 22,56 cent brutto pro kilowattstunde also es war mega günstiger tarif deswegen habe ich noch was dazu genommen was er so der durchschnitts günstige tarif war sag ich mal weil das grün welt war doch schon sehr günstig und im octopus war dann so das nächste und da waren dann viele andere anbieter auch in der nähe und dadurch dann 15 62 euro grundgebühr und eben 0,252 euro pro kilowattstunde brutto also das ist das gegen das man vergleichen wir haben gesehen wir haben den märz schon verglichen und ich habe jetzt hier für den april schon die zahlen eingetragen und wir haben wie gesagt 131 kilowattstunden verbraucht in dem monat wir hatten einen brutto preis von 27 57 cent und jetzt hier unten können wir sehen was es dann an geld bedeutet das bedeutet bei tipper habe ich 53 47 bezahlt kleine rundungsfehler glaube ich wenn ich die rechnung erinnerung habe ob das passt bei grün welt hätte ich 43 92 bezahlt und bei octopus 48 69 und das bedeutet zweiter monat in folge wo ich mit tipper ganz klar ablose im vergleich zu den anderen tarifen ich bin gespannt wie es weitergeht weil bisher ist das nicht zufriedenstellend und ich mache das natürlich weiter weil ich habe versprochen ich mache das ganze ein jahr lang aber welches wirklich endkunde bei dem es um jeden cent ankommt dann würde ich jetzt mich schon wieder umschauen würde mir wahrscheinlich einen anderen tarif holen aber bevor wir jetzt mal bei check24 reinschauen was wir momentan denn dafür bekommen gucken wir noch ganz kurz unten was es denn ein prozent bedeutet und zwar können wir sehen der tipper ist 100 prozent und hätten wir grün welt genommen hätten wir 17 85 prozent sparen können und bei octopus wären es immerhin noch 8,94 jetzt springen wir ganz kurz noch jemand extra rein und da trage ich ja immer meinen monatlichen strompreis ein und errechnet dann was ich denn die meine pv anlage gespart habe weil ich im endeffekt ein teil von meinem verbrauch durch meine pv anlage abgedeckt habe und den strom nicht kaufen musste ich muss noch mal ganz kurz spiegeln wie es denn war es waren 27 57 ok das sind immerhin ergeben wir ein 0,27 57 und jetzt können wir sehen ich habe also im monat april 243 87 gespart in dem fall hier bringt natürlich der höhere strompreis meine pv anlage mehr erträge weil ich für den strom hätte mehr bezahlen müssen anders wäre es mir aber lieber denn ich bin schwabe und ich möchte geld sparen gehen wir noch mal ganz kurz ins tipper excel sheet rein und da können wir sehen wie gesagt momentan zahle ich eben die 27 57 cent pro kilowattstunde und 17 euro 29 an grundgebühr und jetzt gehen wir mal zu check 24 gucken ob man momentan ein besseres angebot kriegen würden tada und da sind wir schon ich habe es eingegeben und zwar 3500 kilowattstunden hier bei mir am ort und jetzt mal schauen was wir dafür bekommen also das günstigste wäre immer noch grünwelt hier mit einem günstigeren grundpreis und 15 euro 10 ich zahle 17 euro 29 brutto das sind dann hier schon zwei euro weniger im monat das heißt 24 euro im jahr wo ich allein bei der grundgebühr mehr zahle bei tipper der arbeitspreis bei mir war 27 57 cent und hier hätten 24,94 cent pro kilowattstunde dann kommt hier tipper also ich finde schon ja weiß ich nicht wie das finden soll dass sie hier solche angebote machen klar grundpreis ist gleich aber das sind natürlich 20 5 cent was sie aufrufen für den ersten monat für einen festen tarif und danach eben ab dem zweiten monat variabel und ich finde es nicht in ordnung dass man 20,5 cent pro kilowattstunde wirbt für den ersten monat weil im zweiten monat wenn es variabel wird wird man diesen preis nicht erreichen no chance im dynamischen tarif und deswegen glaube ich dass tipper sich damit keinen gefallen macht denn die leute werden mit einem versprechen denn leute haben dann diesen preis im kopf wenn es dann die nächsten monate die rechnung bekommen dann fallen sie aus allen wolken wenn dann der preis wie bei mir 27 cent ist oder so weil das ist dann doch ein krasser unterschied im vergleich zu dem was wir hier haben wenn wir dann noch schauen dann kommt hier was ähnliche grundgebühr und ja beim kilowattstunden preis immer noch 1 cent günstiger wie das was ich momentan zahle so ich würde sagen wir bleiben einfach positiv und hoffen dass die nächsten monate besser werden mich wundert schon dass im april der strompreis teurer ist wie im märz denn wie gesagt im märz war bestimmt der verbrauch noch höher mit wärmepumpen und co also höhere nachfrage und es gab weniger sonnenstrom und so weiter aber gut schauen wir mal wie die nächsten monate weitergehen wenn ihr übrigens frisch bei tipper seid im ersten jahr und ihr habt euren bonus noch nicht abgegriffen dann könnt ihr das in der app machen wenn ihr auf bonus klickt und dort könnt ihr dann ein referal code eingeben achtstelligen ich blende euch mal meinen unten ein dann bekommt ihr 50 euro für den shop und ich bekomme auch 50 euro wenn ihr zu tipper wechseln wollt dann findet ihr unter dem video ein link wenn da drauf klickt könnt ihr euch anmelden bei tipper könnt dann vertrag abschließen bekommt dann eben auch 50 euro für den tipper shop da könnt ihr zb dann euch den puls rauslassen und ich bekomme auch momentan noch 50 euro das gute bei tipper ist ja auch die verträge sind ja nicht auf ein jahr sondern man hat da wirklich monatliche kündigungsfrist das heißt ihr könnt es mal ausprobieren so wie ich und wenn ihr dann merken ist doch nichts für mich es gibt doch kein schickeres auf dem markt dann könnt ihr da immer noch raus hüpfen also wie gesagt link findet unten code findet er hier dann würde ich sagen schauen wir was die rechnung im mai bringt ich halte euch natürlich auf dem laufenden wir hören seinen monat wieder in dem fall macht's gut bleibt gesund steffen von retro und future